Musik Hi, ich bin Josie Maron und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Musik Hallo Leute, hier ist der GCG. Ja und ähm... Wie gesagt, ähm... Wir wollen ein neues Profil stellen. Wenn kein neues Profil erstellt wird, gehen alle umgesprechende Änderungen möglicherweise verloren. Ja! Die Stiftung muss noch... Ja! Ja! auch Name eingeben gcg ja ja gut also um wie gesagt wie ich nie vorstieg das ist das Wort vielleicht habe ich ein bisschen für um verwirrung gesorgt in dem ich um vielleicht dachten viele das neue Need for Speed das kann ich euch sicher das werde ich nicht spielen ich spiele keinen schlechten games doch wenn ich denke es sehr gut ist wirklich aber also ich werde hoffentlich kriegen wir keine Copyright Tracks also ähm ich bin total enttäuscht dass halt irgendwas aus EA geworden wird äh ist EA war mal geil hat geilen die Verspitz gemacht aber jetzt gibt es auch kein Juni mehr alle Autos sind frei aber naja um außerdem haben wir sie den Namen aufs Wort jetzt in den Dreck die zu kennen die gibt es in meiner Auflösung das gibt es in meiner Auflösung so was oh das Musik nur hat sich zu früh gespielt ab das war noch tolle zeiten also um stellen wir es mal alles auf hoch 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 Wagen effektionsrate hoch Regeneffekt ein Überstrahlung ein visual verarbeiten hoch gut annehmen äh so, da sind wir wieder äh, nie, das Spiel ist gerade eben abgeschmiert aber da sind wir wieder, äh, habe jetzt die Einstellung auf hoch gemacht ähm, guck mal noch, ob wir was anderes einzigermitrisch vollfahrt kaputt ja, genau, alles gut Spieler, Steuerung, Steuerung sofort, Steuerbeschleidigung, A, Bremsen, Y, nach links Punkt Nach rechts, Bindestrich, Handbremse, Steuerung, Speedbreaker Umschalt rechts, Nitro, Alt, Runterschalt, brauchen wir nicht doch brauchen wir einen Minus ähm, hochschalten, Plus Wagen zurücksetzen, R, Event starten Eingabe, Blacklist betrachten B, Weltkarte, M, SMS betrachten Tabulator so, nächster Song T Kamerawinkel ändern C nach hinten schauen nach unten Kamera zurücksetzen P genau gut äh, B gut, fertig dann fangen wir hab ich das gesprächert? egal fangen wir an, wirds ja Karriere mh mh also ich hab's das Spiel schon ich hab's nie durchgespielt aber ich hab schon öfters reingespielt und ich find's geil oh lord die Karriere starten und dann sind wir mal kurz leiser heute gegen die Nummer 15 der Blanklist Na, wie läuft deine Karre? die Papiere und deine Papiere der ist gefährlich pass gut auf er rammt dich, wenn's sein muss erst hole ich mir deine Karre dann hole ich mir deine kleine schärf dir das gut ein konzentrier dich er hat ne Menge Power also warte bis er gescheitert hat das ist unser BMW gegen den Muster von Razor und das Kontrollwettmung Achtung Streifeneinheiten wir haben eine Meldung über mindestens einen flüchtigen Code 6 Fahrer der bereits verfolgt wird ich brauche alle Verbindbarer und neu ab und schick dir die Platte ein du wirst du wirst jetzt du wirst deine Kanpast du wirst du wirst So, dann müssen wir übernehmen in unserem BMW und los geht's Oh, da müssen sie das mal wieder reinfinden Oh, dann hier rechts Hey, an deiner Karre stimmt was nicht Da ist ein riesen Höhlefleck an der Startlinie Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Sub Vor sechs Tagen Ankunft in Rockport City Ancel Die Einer ist wirklich an die Sattel-Kross, an die Einer-O-Sis-Eye. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das, das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass deinen Abschillwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich hab da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Streifenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Keine Ahnung. Hübsche Rallye-Streifen. Vor vier Tagen auf der Suche nach einem Rennen. Und dann sind wir wieder in-game. In-game mit. In-game mit. In-game. So. Und los. Und. Alles wieder total gewöhnungsbedürftig. Was ich auch immer bei dem Spiel geliebt habe. Und das ist die Verfolgungsjagden und zweitens die Zerstörung der Kopf. Oh ja. Oh ja. Also von der Story ist Most Wanted besser, aber von den Tuning-Möglichkeiten eindeutig an der Groundhog. Das ist schon geil, was man da ist. Einfach von uns Sieg. Sieger. Brennen wir 10.000. Weiter. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Knappe. Razor-Kammer. Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoffhaus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht? Die Kiste ist trotzdem heiß. Ja, trotzdem. Schneller als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normal-Benzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht mein Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahr nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Grusato. Warum nicht um zehn Riesen? Ach so, du willst dir voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja. Gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch ein Krankenwagen. So. Gut. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen.